Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine würdige Mannschaft anzunehmen bei Lady Jaina Prachtmer im Sturm Sanktal. An dieser Position ist die Folgequest von Nachricht von Dorian. Nun darf man ein paar Flüge absolvieren, aber keine Sorge, den Flug selbst nehme ich nicht mit auf. Als erstes darf man nach Pabalus fliegen und zwar zur Burg Prachtmer. Ich zeige euch, wo ich hinfliege und dann sehen wir uns im Landeanflug und zwar Burg Prachtmer, die Vagardesund. So, da bin ich auch schon im Landeanflug und gelandet. Weltquest interessiert mich nicht, ploppt leider rauf. Nun zeige ich euch, wo Tantwet sich aufhält und zwar an dieser Position. Hier war auch die Map. Also ansprechen und die Sprechplätze anklicken. Nun darf man zu weiteren NPCs fliegen. Ich lasse den aber aussprechen, falls ihr ihn nachlesen wollt. Und er ist meine erste Wahl. Als Meisterkanonier will ich niemand geringeren als Leutnant Tarenfeld. Er ist immer noch auf der Wachkuppe stationiert. Trefft mich am Sturmtagler Posten. Dort werden wir die restliche Besatzung anheuern. So, als erstes werde ich zum Handelswindmarkt fliegen und dort BruderPicke ansprechen. So, wir sehen uns gleich. Und gelandet. Auf geht's zu BruderPicke oder Pike. Ich glaube, Pike. Ich bin für Pike. Ihr wisst es. Hier war auch die Map. Anquatschen, Sprechblase. Die Strömung leitet mich. Zu lange habe ich das Meer nicht unter meinen Füßen gespürt. Das Vermächtnis der Gezeitenweisen ist befleckt. Aber vielleicht kann ich helfen, es reinzuwaschen. Und wie könnte ich den Bruder der Lord Admiral in eine Bitte ausschlagen? So. Weiter geht's. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Moin, Moin, Moin. Nun fliege ich zur Wachkuppe. Immer schön auf Kurs bleiben. Ihr kennt es ja. Tadaa. Gelandet. Und hier steht der Leutnant Kavenfeld an dieser Position. Ansprechen. Mast und Schotbruch. Ja. Ja. Gewiss anscheinend unnützlich. Gut. Dann geht's weiter. Nun darf man zu Sturmtackler Posten fliegen. Viel Glück. Wir sehen uns da. Hey, da seid ihr ja wieder. Ich bin gelandet. Weltquest interessiert mich nicht. Nun dürft ihr an dieser Position, hier stehe ich, mit Rosalinde Mertens quatschen. Mit dem Gnom könnt ihr nicht quatschen. Also der hat keine Option. Er sagt auch nichts. Also mit der Rosalinde. Sprechblasian klicken. Ich bin der Bestie. Ich soll euer eine Sturmtackler sein? Ich weiß. Aber ich brauche einen ersten Mat, dem ich blind vertrauen kann. Und das seid ihr. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Ich bin Kapitänin. Die Sturmtackler sind meine Crew. Und das bleiben sie auch. Ich möchte, dass ihr alle mitsegelt, wenn wir unter der Allianzflagge in See stechen. Allianzflagge? Heißt das, wir zahlen es der Horde heim? Nun. Davon gehe ich stark aus. Sag das doch gleich, Kapitän. So. Dann haben wir die. Ha. Ausgezeichnet. Ich könnte mir keine bessere Besatzung vorstellen. Oh. Er hat noch was zu sagen. Champion, ich möchte noch eine Person rekrutieren. Trefft mich am Nebelfluthafen, wenn ihr mit allen gesprochen habt. War ja klar. Nun darf man ins Sturmsanktal fliegen. Nach Gezeitenkreuz. Und das sehen wir uns auch wieder. Da bin ich wieder. und gelandet. So. Nennt mir einen besseren Bootsmann und ich rekrutiere ihn. Wir brauchen die Besten. An dieser Position darf man mit Dorian etwas zerquatschen und die Sprechblase anklicken. Ich bin im Ruhestand. West wäre schon abzugeben, aber ich lass ihn mal zu Ende quatschen. Sie ist ein Meisterwerk. Ihr lasst wirklich nicht locker, was? Auf keinen Fall. Ich kümmere mich ums Haus. Geh, gönn dir ein Abenteuer. Na gut, aber ihr kriegt was zu hören, wenn ihr mein Schiff beschädigt. So. Quest ist abzugeben bei Lady Jaina Prachtmer im Sturmsanktal an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.